Es wird hier ohne ein Verständnis aufgenommen. Wenn ihr ein Problem habt, fickt eure Mütter und geht zur Polizei. Ich würde gar nicht abschneiden. Ich gehe gar nicht zur Polizei. Du kannst jetzt zur Polizei gehen. Deine Stimme wird auf YouTube landen. Sie können gerne ihre Eltern Bescheid sagen, dann haben sie eine doppelte Anzeige, ob die rüberkommt oder nicht. Ist mir scheißegal. Also wenn du das Video schaust, fickt deine Mutter. Wenn du das Video likes, fickt deine Mutter. Wenn du 31 Grad stalkt das Video, dann fickt deine Mutter. Wo ist der Scheiß? Vor mir, vor mir, vor mir! Garaschen! Weg! Hä, wo ist die hin? EMF 4! Hä? Hast du nicht diesen kurzen EMF Spike gehört? Ah, okay. Wo ist die hin? Ja, Garage oder Dings? Weiß ich nicht. Hier, genau an der Tür. Ich hab was gehört. Hä, hab ich irgendwas falsch gemacht? Ey, ich... Ja, der ist hier bei der Garagentür. Kann der aber nicht, der muss in einem Raum sein. Dann denk ich... Dann denk ich... Vor... 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 Für sich warm. Du bist auch warm, Peach. Dein Glatzkopf... Wenn ich das Video hier ernst nehme, der sollte auf jeden Fall... Sein... Ne Kerze in die Hand nehmen. Ey, Cam? Es geht? Ja. Der ist hier... Sein Internet schon wieder abgekackt. Ja, ja. Der ist in der Garage. Direkt hier bei der Tür ist er... No... Hier, Blatt. Hast du das gehört? Nein. Der wirft hier voll bekanne Sachen rum, wo denn? Ja. Ja, aber der ist... Der ist hier im Dings... Ist... 1,3 Grad, oder? Denkst du? 4,7. 2,4. 3,2. 0,5. 1,7. 1,8. Ey, wo schmeißt der denn das? Im Keller, oder was? Ich höre es doch die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Ja, ne? Keller. Ey, ich hoffe, der behandelt nicht so schnell in mein Internet, na? Echt? Ne. Nein, der ist oben. Oben, ne? Er wirft oben was weg, aber... Nicht da, wo der sein sollte. Ich geh da mal ein. Der ist ja auch nur im... Im Vent, ne? Vielleicht war er woanders. Nein, ich war da mit... Dings. Er war 1,3 Grad, oder so. Ich höre... Ich hab das vorhin die ganze Zeit gehört. Der hat da wohl geworfen, aber wo? Ja, das hab ich auch gehört. Die Soundkulisse im Spiel ist auch so... Rotz. Wie bei Need for Speed, oder? Burnout. Oder bei Need for Speed Heat? Ich bin... Gegner ist... Keine Ahnung wieviel Meter entfernt. 200 Meter entfernt. Ich höre seinen Motor, als wäre der 2 Meter neben mir. Bei mir holen die auch immer auf. Was tut das? Nee. Aber der ist hier. Dann ist er hier. Genau, hier ist der. Keine Minusgrade. Hallo! Hallo! Klo! 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 Der muss auf Klo! Der muss auf Klo, glaube ich. Der muss auf Klo! Der muss auf Klo! Der muss auf Klo! Er hat gesagt ja! Was Klo, oder? Was Klo? Ja, der muss mal Pipi! Hallo, halt! Richtig aus, der... Hallo! Auf den... Was ist... Der hat wirklich Klo gesagt! Er hat wirklich Klo gesagt! Gib mir mal! Ich nehme mal seinen Klo, an manakodum. Fick ihn mal! Kleine Pich! Talk to me! Talk to me! You fucking bitch! Talk to me! Say something! Are you close? You suck me! Where are you? Where are you? You need to go to the toilet! I am sick you Pich! Where are you? Du derige Abbas! Du das? Haben wir Nachhaltung! Und? Hallo! Dose 4! Dose Pinsel! Dose Pinsel! Dose Pinsel! Sag mal ob du auf Club bist Land? Warte mal ich glaub wir haben Dots Wir haben Dots Ne warte 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 Geh mal bitte aus der Kamera weg Orbs wir haben Orbs Und zwar schwimmt er beim Haus äh beim Auto rum Hello! Talk with me! Weck Fingerabdrücke weg! Talk with me! Oh was das für ein fetter Orb ey! Talk with me! Ja der hat Spillbox auf jeden Fall Ja der hat Spillbox auf jeden Fall Naja Orbs und Box haben wir Das heißt es können zwei Sachen sein Moor oder Yokai Mario, Yokai und Ryo Warum drei? Na gut Dots haben wir ja nicht ne? Gefriert Temperatur hatten wir auch nicht Ich mein du da jetzt Dots gesehen Ich mein du da jetzt Dots gesehen Boah Naja das sind aber auch safe keine Dots Dann muss es ein Buch sein und dann ist es ein Mare Ah das ist Habt ihr ja ein Kruzwegzeichen platziert? Ja ne? Beide liegen ja Ich glaub schon Ok da mach schon noch Salz hin Was für ne Kamera eigentlich? Keine Ahnung, Soundexperia 385 Melissa sagt Ich mein das Placement Schredder Melissa Boah Boah es leckt so weg immer Alle Kameras liegen hier drinnen Also wie jetzt fragt einer wo Kameras sind Wo sind die Kameras? Hier bei der Kerze Ok Alle drei Ich würde ganz gern die Fußabdrücke übernehmen Ne Ist auch ein Spezialist drin Das Gruzifix ist gleich aufgebraucht Es ist aufgebraucht Ja mach Foto Dots Dots hab ich schon Dots können wir ausschließen Weil ähm Ich hör den laufen und sehen nicht Mare oder Onryo Lass mich die Fußabdrücke machen Warum denn Onryo? Was für Gefrier Ja das stimmt Es sind Dots oder Buch Der ist auf jeden Fall ein Mare denke ich Kann sein Ne Dots glaub ich nicht Der ist aber hier am Anfang Der läuft doch in der Küche hier Ich hör den Wir müssen das mal woanders hinlegen Bitte die Dots Wo willst du die sonst noch hinlegen? Nicht dahinten der ist weiter vorn Ja aber da war auch schon nix Das sind Habe ich ja hintergelegt Das sind Habe ich ja hintergelegt Ja Alter der hat den Fußabdruck genommen Und nicht die Interaktion Ich kotze im Strahl Doch der hat einen in Taxen Nein hat er nicht Der hat es als Fußabdruck gemacht Ja weil er wahrscheinlich Der hat das letzte Bild wieder als Fußabdruck gemacht Ja normal der Fuß ist auch in der Luft Ja blöde Piss Ich bin wieder zehn von zehn Ich bin wieder zehn von zehn Ich bin wieder zehn von zehn Entwickler bitte tutorial Ich bin wieder zehn von zehn Ja Der mach noch was bevor er ist D.K. Der ist voll schnell Eberum hört denn der sich so widerlich an Warum ist er so schnell? Ja Bild hat nicht gezählt Ja Er steht wieder vor mir Es zählt Ach komm Ne halt's mal Ich mach nie wieder Handfoto Nie wieder Es zählt einfach nicht Eber hört sich so eklig an Das ist so anstrengend Das ist so anstrengend Das ist so anstrengend Schrett Ich hab Bock Geh raus So unmotivierend So unmotivierend So zu spielen wirklich Hey wir haben Gefriertemperatur Hey Willst du verarschen? Nein ich glaube ich hab grad Atem gehabt Wenn's nicht das Event jetzt grad war Na dann guck bitte Ich schau gerade Kann auch sein dass dieser weiße Bobbel da war Wobei im Event ab und zu fliegt Aber das ist dann genau in meinem Mund vorbeigeflogen Achtung mal Mann die sind keine Minusrate Und dann war's bestimmt das Event Ja ist bestimmt Buch passt schon Schon wieder Fußabdruck obwohl das Auto piepst Das flippt doch aus ey Ja kennst du nicht den fliegenden Fuß? Kennst du nicht? Ja fast man ist so behindert wirklich was die Sachen angeht Das ist so nervig Naja das ist safe Mare Decay sucks Hey Maron los Jassin hast du diese Mare Ja hab ich Mare Ja hab ich Mare So halt den Ja Halt den Wenn das ist das andere Ja bestimmt das ist das andere Kennst du das Spiel doch Na jetzt müssen wir Mare Na jetzt müssen wir Mare Perdann Na jetzt ativos